Weiter geht es heute mit der FIFA Karriere und wir machen weiter mit dem Champions-League-Duell in Napoli. Ich habe es in letzter Folge schon so ein bisschen angekündigt. Wir müssen heute mehr oder weniger was holen, was zählbares holen. Wollen wir in der Champions-League gewinnen, dann verlieren wir das Ding heute. Schlägt Real zu Hause für in der Batsche, dann ist das Thema gegessen. Dann hätte Real zehn, Napoli die sieben, wir hätten drei, dann wären es vier Punkte rückschauen, aber noch zwei ausstehende Spiele und wir haben noch das schwere Auswahlspiel in Madrid und das Halbspiel gegen Fena danach. Aber jetzt erstmal gucken, Napoli im Hinspiel hatten wir sie fast, 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 fast. Da war es ein bisschen individuelle Klasse. Gut, Pereira, das haben wir eben schon, haben wir Ende der Zwischenzeit schon gesehen, dass der weg ist. Der wechselt nach All-Ein oder so, glaube ich. Ist egal, Jacke Wiosi wechselt, aber das ist für uns jetzt relativ irrelevant. Wir müssen heute jetzt erstmal schauen, dass wir jetzt erstmal Napoli irgendwie versuchen zu schlagen, vielleicht schaffen wir es. Ich gehe nicht in die Pressekonferenz, ich möchte sie nicht, trisset mich gerade herzlich wenig, ich möchte in das Spiel, ich möchte irgendwie gucken, was wir machen. Wir werden mit, ähm, ein bisschen rotieren. Irgendwie, wie auch immer. Der Fitness wegen, werde ich auf Lämperle setzen, der auf der linken Seite spielen soll. Und der Rot hat letztens schon nicht so gut gespielt, gefällt mir nicht so. So, Kuckuck, ja, war auch eigentlich mehr oder weniger blass. Ich finde, es wird mal irgendwas versuchen müssen. Ah, Rembi, das ist einfach nur ein bisschen rotieren. Ich kann Ulrich mal auf die rechte Sterne, das ist eigentlich nicht so wichtig, den will ich eigentlich gerne nicht unbedingt mit dabei rausnehmen. Ah, was haben wir denn noch da? Aber irgendwas Kontermäßiges haben wir nicht eigentlich, ne? Naja, ist halt so jetzt erstmal. Das wird unsere Startelf werden für das Duell in Napoli. So, dauert jetzt wieder einen kleinen Moment. Gut, geht's los. Es ist klar, dass wir uns vor allem auf ihn konzentrieren. Denn vier Tore aus den letzten drei Spielen sind eine klare Ansage. Wir zeigen es Ihnen live. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Huss und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. Und man spürt an der Atmosphäre hier, das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten. Müssen auf Sieg gehen und das werden Sie auch machen. Richtig. Alles fängt irgendwo gefühlt ein bisschen vom Parallelspiel ab. Ja, schauen wir mal, ne? Wie gesagt, ob heute irgendwas mit zu zählbares drin ist. Das kann natürlich auch ganz bitter, der Abend. Werden wie das Hinspiel, was 2 zu 3 zu Hause verloren. Sogar nach Führung, glaube ich, man ist es uns. Ich habe 1 zu gefühlt und dann 3 zu 5 gelegt und dann 3 zu 2. Vielleicht noch mal dran gewesen. Ja. Mal schauen, mal schauen. Vielleicht schaffen wir auch einen frühen Einzelnen. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Sie wählen ein konventionelles 433 Busch. Eine Taktik, die ich sehr mag, führt oft zu spektakulären, torreichen Partien. Ich glaube, gefühlt haben sie mich wirklich für das LBK, Alistair, der Argentinier. Ja, er ist tatsächlich Argentinier. Weltmeister, den kennt man natürlich von der Fußball-Wettmeisterschaft. Da ist schon ordentlich Potenzial dahinter in dieser Truppe. Definitiv. Vom Gefühl her deutlich besser als wir, natürlich, klar. Also das heißt, ich vom Gefühl, es ist wirklich so von der Qualität der deutlich besser als wir. Und entsprechend wird der offensive Mittelfeldspieler die Stürmer vorne natürlich verstärkt unterstützen. Ich finde, das ist, so wie sich da darstellt, eine variable Aufstellung. Schaut, was war passiert. Wir müssen, wir müssen ein bisschen rotieren. Ich zeigte ein bisschen mehr auf Konter. Mal schauen, was machbar ist. Und dann schauen wir mal, was hier Napoli heute möglich ist. Der Sieg wäre tatsächlich wieder drin. Da wäre tatsächlich der, wäre der Weg. Der erste Super Angel von Sterne. Ach, schade, wichtige Aktion. Und dann hat man plötzlich so ein bisschen die erste. Schade. Der Ball ist draußen, es gibt Anwurz. Schubuschlei. Vorbei, Dör. Wenn man sich so umhört, wer heute der wichtigste Spieler sein könnte, dann fällt natürlich immer wieder dieser Name. Was erwartest du heute? Naja, der ist im Abschluss immer wieder überragend. Da muss die Abwehr schon aufpassen. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen wir jetzt vielleicht durch. Und die erste Chance für Napoli. Natürlich. Ferry. Schön was. Worüber. Und jetzt, das ist genau das, was wir haben wollten. Kuckuck zu schicken, schicken zu können. Klar gegen Darmstadt, vier Tore gemacht. Letztes Spiel ein bisschen abgetaucht. Mal gucken, was heute passiert. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequent erspielen. Ich glaube, wir haben früh hinten gelingen. Ich habe es nicht mehr im Kopf, muss ich gerade zugeben. Das war zu offensichtlich. Mecca Lister. Lukas Meccia. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Das ist keiner der mitläuft. Ne, Jan. Meine Fresse. Da dreht er sich dahinten noch ein. Boah, den hatte ich irgendwie vorbeigeguckt. Ja, ich hoffe, dass er vorbei geht. Oder so. Ne, der dreht sich dann irgendwie doch nochmal so richtig ekelhaft. Da kommt der Lupfer. Hier sehen wir es nochmal schön in der Wiederholung. Das ist ein sehenswertes Tor. Noch mal keine Chance. Und damit haben wir den ersten Treffer jetzt 20. Minute richtig Fahrt aufnehmen. Ja, so eine Matcha mit dem 1-0 für. Ne, Abling Arena. Und er hatte den Ball. Ich hatte gehofft, dass ich noch spielen könnte, den quer überlegen kann. Also es funktioniert schon mal bei dir außen. Gut geklärt, aber ein Wurf. Ein Wurf für Napoli. Schoboschlei. Kann sich lösen. Es tut weh, natürlich dieser Rückstand. Weil wenn die weniger aus dem Nächte hält. Matcha. Viel zu weit weg immer wieder. Jetzt haben wir noch. Die offensive besteht. Sterne. Ja, jetzt waren wir Koko. Er zieht einfach. Koko. Das. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Deswegen ist er den Vorteil vorher. Er zieht nur ein Mann vorbei. Und dann kommt dieser harte Ball auf der Halbnis. Das ist wunderbar getroffen. Die tolle Technik. Einmal. Der Ball ist unhaltbar. Na einer guten halben Stunde. Den Führungstreffer von Napoli geköntert. Erstmal. Käfer ohne jede Chance. Der Ball ist drin. Wir sind wieder da. 31. Aber daher. Das geht so ein Ding. Kommt so ein Ding mal durch. Der hat ja schon den Ansatz gehabt. Der Mann hat so. Jetzt muss er ein bisschen aufpassen. Meta. Bitte nicht. Jetzt nicht irgendwie noch mal so was probieren. Viel vorwärts. Jetzt. Und rüber. Dieses Grätschen. Sollte man lassen. Nicht das haben. Wie ein Bilder. Es wird auch. Ich wünsche mir genauso einer. Klare Chancen. Sie war eigentlich geklärt. Keine gute Befreiung hier. Sie versuchen es. Das ist nicht wahr. Er bringt sie hier wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Schubischlein. 2.1 Napoli. Startiert uns. 2.2. Definitiv weg. Also wenn er von da abschießen kann. Dann macht er das. Das ist ja keine Frage. Treffer aus Kürze. Sie haben uns keinen der Führung. Da geworden. Jetzt steht hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. Lämpferle. Slampferle. Sehr gut. Das ist nicht wahr. Kepaar. Wir haben für Momenten dickens. Zu lange gezögert. Und der Ballverlust. Staffel Lidlis. Ach Mann. Super. Es gibt eine Minute nach Spielzeit. Könnte der Ausgleich werden? Scheiße. Der muss da drin sein. Das ist nicht wahr. Wir kriegen immer diese Nadelstiche. Wir kriegen sie aber nicht zu Ende gespüßt. Durchgang. Jetzt ist erst mal durchatet und dann gesagt. Mann, Mann, Mann ist das bitter. Das wäre jetzt die dritte Niederlage in der Champions League in Folge. Gut, wir sind der absolut krasse Außenseiter. Das muss man einfach so sehen. Wie gesagt, ich war von Anfang an irgendwo klar. Aber es ist bitter. Aber egal, man kommt, was in der zweiten Niederlage passiert. Mann, dies war doch kein Abschiedsrichter. Dann kann das was werden. So ist es abseits. Sambo Anguisa. Sie gehen dazwischen. Schöne Aktion. Steifers. Gute Aktion. Mokoko, yes! 2,2. Jetzt den Ballverlust erzwungen und dann dran gegangen. Und dann passt das. Auswärtsführung. Äh, 22, Entschuldigung. So, wir schauen uns die Bedeutung in dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Und dann dieses Tor. Den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu tun. Andrade mit der Vorlage. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Yusufa Mokoko. Gehtfalls mit dem Doppelpack. Wieder einen ausgeglichenen Spielstand. 53. Vielleicht nochmal. Guter Einsatz. Mal ist erstmal wieder weg. Jetzt obermeer. Obermeer kann er durchgehen. Nee, kann er nicht. Weil Bastoni da gut aufpasst. Da hinten. Ah, der ist weit, weit. Da war. Netto. Den hat er noch. Gutes Ziel. Der hält er diesen Ball. Wir hören es. Die Fans hoffen auf die Führung. Na, bitte nicht schon wieder. Also, wie oft sich der Flügelstreffer egalisieren kann. Ein guter Block hier. Und jetzt vielleicht der Konter über E-Leist. Moriba. So, und jetzt sind wir. Und das ist ein Konter. Und das ist ein Konter. Und das ist ein Konter. Und das ist ein Konter zu absolvieren. Das wäre die Führung geworden. Ich wollte nämlich da hinten schön. Warum siehst du den? Aber die Mitte. Warum brauchst du den? Ich hätte noch die Aue. Das lange Eck. Eck ist da in die Mitte. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Kommt nicht durch. Die offensive steht. Aguissa, setze ich das mal durch. Alexis. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Er flankt auf den langen Pfosten. Sie können nicht klären, sind weiterhin mit Regen. So, Geld. Geld. Aber es gibt Abschluss. Ja, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zurecht die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren. Diese Verwarnung geht in Ordnung. Ja, der ist weg jetzt mal. Ballverlust. Ja. Rossi. Lukas Mecha. Jetzt wäre der Platz auf außen da. Das macht er sehr gut. Mecha. Mecha, ja. Jetzt kann ich sagen, wir haben einen Ballgewinn durch diese Frühe stören. Viel Platz für den Konter jetzt. Jusuf Amokoko, vielleicht auch noch irgendwie bei der Faustdicken überraschung Amokoko, der ist weg, da war noch dran. Der Keeper holt sich diesen Ball. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Sie schalten auf Angriff. Das ist wohl die letzte Chance hier, dort noch als Sieger vom Platz zu gehen. Vielleicht die Führung jetzt. Scheiße. Ja. Ja, sie gehen hier in Führung. Das Kurzverschluss, ganz wichtig. Puh, 3-2. Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Die Nummer 14 hier, mit dem Ballverlust. Mein Käfer war glaube ich sogar noch dran. Das Feld, das Tor darf nicht sein. Ja, war ja. Egal, der Ball ist drin. Wir führen 3-2 in Apel uns wieder voll in der Nummer drin, um es weiterkommen. 3 Punkte zu Hause gegen Fehlner sieht das wieder ein bisschen anders aus, als die Geschichte. Aber, mal gucken. Wie gesagt, es ist noch nichts passiert. Es ist noch nichts passiert. Wir müssen das Ding irgendwie nach Hause fahren heute. Jetzt. Jetzt ist mal der Rohr vielleicht nochmal. Irgendwas nochmal. Ja. Gut, weiter geht's. So, jetzt nochmal irgendwie ein bisschen wechseln. Fünf Minuten, sechs Minuten noch vielleicht. Bisschen nachspielzeit, sieben, acht vielleicht nochmal. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist ihr Schluss. Und sie haben die Führung. Nehmen die Schiriabweißen. Das ist hier nochmal gefährlich. Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Gute Chance jetzt. Palatio. Erstmal so weg. Erstmal so weg. Kein Problem für den Torwart. Nichts wirklich gefährliches rausgekommen aus der Nummer. Bald ist es weg für uns. Zähler nochmal, Anruf Bayreuth. Und jetzt vielleicht doch noch irgendwas mal, den vielleicht den Kuh zumachen. Ja, und das war mal ein Drossi-Weltklasse. Versuchsangebot war aber kein Tor. Ah, der Winkel war spitz. Ne, war noch kein... Oh, okay. Warte, nicht dran. Aber egal. Wir haben Nachspielzeit. Ja, Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel also zu Ende. Die Gastgeber müssen sich mit einer Niederlage abfinden. Das war einfach zu wenig heute. Die Enttäuschung steht Ihnen jetzt ins Gesicht geschrieben. Sie haben nie zu Ihrem Spiel gefunden. Da wird es einige Kritik geben. Dieses Spiel haben Sie, ganz ehrlich, mehr oder weniger verschenkt. Da war mehr drin. Viel mehr. So, mal gucken wir zum Topfellpack. Drei zu zwei der Auswärtige Neapel. Und damit haben wir wieder eine Riesenchance, tatsächlich in der Zwischengruppe weiterzukommen. Weil wir jetzt tatsächlich sogar Gruppen zweiter sind. Und nachdem Winfield Abad schon natürlich die Real gespielt haben. Wenn Fähner sich Real geschlagen hat, dann haben wir nämlich jetzt genauso, sagen wir, sechs Punkte. Real sieben. Und Napoli hat vier. Und Fähner hat nämlich doch auch vier. Dann ist das eine ganz kuschelige Ecke. Aber ich glaube nicht, dass... Warte mal, sie spielen noch, ne? PCG gegen Fähner 2 zu 2. Ja, das Interview wollte ich eigentlich jetzt nicht. Aber es gibt jetzt natürlich mal nach diesem Triumph in... Ja, abhörigen. Grandios. Ja, in meiner Meinung nach noch einer der schwereren Gegner in der Gruppe. Versteht ich aus den drücken oder auswärts geschlagen. Ja, vollständig das Spiel draus. Ein paar Umstellungen einfach mal gemacht. Die haben gefruchtet. Danke. Das sind all die Fragen, die wir für Sie haben. So, gut. Nächste Gegend ist Fortuna Düsseldorf. Ich muss jetzt tatsächlich immer auf die Tabelle achten, weil ich weiß nicht, wie wäre es jetzt nicht... Moment. Ähm. Ich komme ja noch schnell auf die Tabelle Wettbewerb. Ja. Ja, wir sind jetzt weiter. Und Real hat tatsächlich verloren gegen Fähner. Ja. Ich sag ja, so auf einmal, ich hatte so eine Gruppe, die eigentlich fast eindeutig ist das. Weil Real hatte ich gedacht, vielleicht Fähner erschlagen die Fähner. Das war eigentlich damit ausgegangen, dass die nichts wirklich... Dass Fähner nichts gewohnt gegen Real. Nämlich verloren beide Spiele. Nö, sie holen vier Punkte gegen Real und wir sind wieder dabei. Jetzt ist alles möglich. Wir haben den nächsten Gegner auswärts Real. Ne, Quatsch, später zu Hause. Real spielt gegen Darpoli. Lass die mal unentschieden spielen, dann sind wir in Gruppenerster. Und dann haben wir beim Abschlussspiel in Madrid haben wir tatsächlich die Chance, das Ding sogar noch zu gewinnen. Haben. Vielleicht. Irgendwie. Keine Ahnung. Ups, das war jetzt keine Absicht. Ähm. Ich hätte gerne mal... Auf dich habe ich nicht wieder geachtet. Ich bin irgendwie komisch auf den falschen Wettbewerb gekommen. Auf die falsche Tasse gekommen. Ja. Und, äh... Ja. Wir könnten tatsächlich, je nachdem wie die nächste Partie ausgeht, wie gesagt... Gut. Gehen wir einfach mal davon aus. Wir schlagen Refena. Dann hätten wir... Und Real schlägt Napoli. Dann sind wir tatsächlich vor dem Abschlussspiel in Madrid weiter. Ja. Wie gesagt. Das ist mal eine Mück. Das wäre natürlich eine Hausnummer. Neapel. Die haben uns ja im Hinspiel super gemacht. Ja. Haben uns ja geschlagen im Hinspiel sogar noch. Gegen die war es vielleicht die Möglichkeit ein paar Zwei zu gehen. Aber wie gesagt. Das ist alles möglich jetzt. Ne. Die Gruppe ist eng. Das kann jeder jeden schlagen. So wie man es jetzt gerade gesehen hat. Mal schauen. Naja. Wenn ich ja auch nächste Gegner sehe, dann ist es Finna. Aber jetzt erstmal der nächste Gegner morgen um 14 Uhr vor Dünner Düsseldorf. Und da sehen wir uns dann an. Dünner Düsseldorf. Dünner Düsseldorf. Nein. Dann nehmen uns an,